Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euch ganz einfach aus einer Kassettenhülle ein iPod, iPhone oder auch eine Halterung für andere verschiedene Handys machen könnt. Viel Spaß! So, wie gesagt, das machen wir aus einer Kassettenhülle. Müsst ihr mal bei euch suchen, ja, die können auch ein bisschen größer sein. Aber was wichtig ist, diese Kassetten brauchen hier so einen Schlitz, wo die Kassette dann immer eigentlich drin gewesen ist. Aber die brauchen wir einfach, damit halt euer iPod oder iPhone dann hier drin sitzen kann. Und ja, um das Ganze zu machen, öffnen wir einfach die Kassette und drehen das Ganze einfach noch ein bisschen weiter und schon hält das Ganze hier. Und wegen diesem Schlitz können wir jetzt einfach hier unseren iPod oder auch unser iPhone reintun. Ich kann das jetzt zwar nicht in den Landscape-Modus drehen, weil die halt so klein ist, aber ihr müsst mal gucken, vielleicht habt ihr eine größere Kassettenhülle. Und dann funktioniert das Ganze. Das funktioniert natürlich auch für verschiedene andere Handys oder auch mit Hülle. Ich kann euch das jetzt mal zeigen. Wartet ganz kurz. Es kommt halt auch immer darauf an, wie groß dieser Schlitz ist. Und wie ihr seht, sitzt, passt und hat noch Platz. Und ja, das war's von diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Tschüss.